ja hier erzähle ich mal ein bisschen was man machen kann mit dem programm der zeigt also hier einen ganz normalen explorer an datei explorer gehen wir auf computer das besondere bei dem ist der zeigt nicht nur die ordner an sondern auch alle mediendateien die man die der media browser abspielen kann also video oder irgendwas mal bilder oder eben auch das besondere ist dass man die dateien ja 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 geht er auch dahin, im Detail Explorer. Ich kann mir Playlisten anlegen, er hat automatisch eine immer drin, die zuletzt gespielte in der Reihenfolge, aber ich kann mir auch eigene anlegen und dann, ja, alles das, was ich hier habe, zu einer Playlist hinzufügen. Warte mal. Ja, Secret Box. Und dann hier spielen. Ich kann automatisch das nächste Spiel aus der Playlist oder auch aus einem Verzeichnis. Hoffentlich wird das jetzt nicht mehr zu viel. Sagen wir mal. Oh je. Dann spielt er die Bilder, in dem Fall 5 Sekunden ab, Video natürlich bis zuletzt. Also nur hören Sie mal. Welchen Betrag können Sie zahlen? Ist doch alles gar nicht so schlimm. Das ist doch alles gar nicht so schlimm. Das ist doch alles gar nicht so schlimm. Und die dann auch runterladen. Na ja, muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden. Kriegen wir aber hin. Kriegen wir aber hin. Kriegen wir aber hin.